In den aktuellen Kleinwagen hält zudem auch immer mehr Ausstattung Einzug, die man bisher nur aus den höheren Fahrzeugklassen kannte, wie zum Beispiel die hochwertig verarbeiteten Sitze oder ein beheizbares Lenkrad. Doch auch das schönste Design und die beste Ausstattung müssen mit der Technik in Einklang gebracht werden. Schon ab der Vorentwicklungsphase arbeiten daher Ingenieure und Designer sehr eng zusammen. Gleich von Anfang an gibt es immer wieder Abstimmungsmeetings, wo beide Seiten eben ihre Themen vertreten und wir kommen dann irgendwann immer zusammen und finden dann eine Lösung. Also es gibt kein Form-Follows-Function oder umgekehrt, sondern es ist irgendwo Form und Funktion treffen sich irgendwo in der Mitte.